Hallo ihr Lieben, Fliesenzeit! Bei Asyl geht es darum, Fliesen zu verlegen und wer das am besten macht, der bekommt die meisten Punkte und gewinnt. Bei Asyl bekommt ihr Punkte, wenn ihr auf der rechten Seite schöne zusammenhängende Fliesen baut. Aber Achtung, wenn ihr das nicht gut macht, dann gibt es auch schnell mal Minuspunkte und ihr geht wieder zurück. In der ersten Phase vom Spiel werden die Fliesen von Manufakturplättchen runtergesammelt. Da geht es im Grunde eine Reihe rum und man sucht sich die Fliesen raus, die man braucht. In der zweiten Phase werden die Fliesen angelegt. Wenn man das gut gemacht hat, gibt es viele Punkte. Und wenn man das nicht gut gemacht hat, gibt es wenig Punkte oder sogar Punktabzug. Das Coole an Asyl ist, dass es einfach zu erlernen, aber schwer zu meistern. Und wir haben eigentlich ständig Interaktionen, weil jede Aktion vom Gegenspieler auch mein eigenes Spiel beeinflussen kann. Ihr könnt das Spiel mit bis zu vier Spielern spielen. Wenn ihr zu zweit spielt, braucht ihr auch fünf Manufakturen. Wenn ihr zu dritt spielt, braucht ihr sieben. Und wenn ihr zu viert spielt, braucht ihr alle neun. Die zu ziehenden Fliesen werden aus einem Stoffbeutel blind gezogen und dann auf die Manufakturplättchen platziert. Es gibt fünf verschiedene Farben und von jeder Farbe 20 Steine. Ich finde, man lernt am besten im Spiel und deswegen legen wir hier auch direkt los. Wir spielen zu zweit, deswegen haben wir hier fünf Manufakturplättchen. Der rechte Spieler war zuletzt in Portugal, deswegen ist das hier unser Startspieler. Und dann wird blind gezogen. Auf jedes Manufakturplättchen kommen vier Fliesen und dann kann es auch schon losgehen. Zu Spielbeginn haben alle Spieler null Punkte. Das markieren wir mit dem schwarzen Würfel. Der Würfel steht auf der Null und die Punkte können wir auf der Punkteskala dann setzen. Der rechte Spieler ist der Startspieler und deswegen steht der weiße Startstein auch auf rechts. In der Musterphase zieht man eine Farbe von dem Manufakturplättchen oder von der Tischmitte. Und das Ziel sollte es hier sein, die Musterreihen zu vervollständigen. Der Spieler, der an der Reihe ist, sucht sich eine Manufaktur aus und sucht sich eine Fliesenfarbe aus und muss dann alle Fliesen dieser Farbe nehmen und verbauen. Alle nicht verbauten Fliesen kommen in die Mitte. Es spielen gegeneinander Peter und Tom. Tom ist an der Reihe, verbaut eine Fliese und die restlichen Fliesen kommen in die Mitte. Peter ist an der Reihe und Peter entscheidet sich für die schwarzen Fliesen. Und ich unterstütze das jetzt hier mit einer Visualisierung. Der grüne Haken bedeutet, die Fliesen können sauber verbaut werden. Und das rote Kreuz bedeutet, dass die Fliesen zu Bruch gehen, aber auch verbaut werden können. Fliesen, die zu Bruch gehen, die geben nachher Minuspunkte. Das sollten wir also vermeiden. Und das Ziel sollte es hier sein, jede einzelne Reihe voll zu bekommen. Man braucht für die oberste Reihe eine Fliese, für die darunter zwei, drei, vier und für die letzte fünf Fliesen. Peter baut die zwei schwarzen Fliesen in die zweite Reihe und hat damit die zweite Reihe vollständig. Tom ist an der Reihe, entscheidet sich für rot, muss alle drei roten Fliesen nehmen und der Rest kommt in die Mitte. Dann ist wieder Peter dran. Peter nimmt blau, der Rest kommt in die Mitte. Und jetzt entscheidet sich Tom dafür, die Fliesen aus der Tischmitte zu nehmen. Und da er der erste Spieler ist, der aus der Tischmitte zieht, muss er auch den Startspielerstein wieder nehmen. Und der wird unten angelegt, weil der geht zu Bruch und der gibt Minuspunkte. Als Spieler kann man also entscheiden, ob man aus der Mitte zieht oder ob man von einer Manufaktur zieht. Man muss immer alle Steine von einer Farbe ziehen. Und wenn man von einer Manufaktur zieht, dann muss man die restlichen Steine in die Mitte ziehen. Tom ist an der Reihe. Tom hat jetzt hier drei schwarze Fliesen. Die passen in die zweite Reihe nicht vollständig rein. Da würde eine zu Bruch gehen. Er könnte sie auch ganz unten anlegen. Da geht aber auch eine zu Bruch. Und das, was zu Bruch geht, das muss unten in die Bruchleiste platziert werden. Das geht dann zu Bruch und dafür gibt es später Minuspunkte. In der zweiten Spielphase, also dann, wenn alle Fliesen eingesammelt wurden, platzieren wir die Fliesen, die links vollständig sind, also die Reihen, auf die entsprechende Position rechts und bekommen dafür Punkte gutgeschrieben. Das dürfen wir nur für die vollständigen Reihen machen. Die erste Fliese wird dann rechts auf entsprechende Muster gelegt. Alle anderen Fliesen kommen zurück in den Karton und wenn die Fliese alleine ohne angrenzende Fliesen liegt, dann gibt es dafür genau einen Punkt. Diese Phase kann von allen Spielern gleichzeitig durchgeführt werden, aber zur besseren Erklärung mache ich das jetzt hier nacheinander, so dass ihr besser nachvollziehen könnt, wofür es jetzt hier welche Punkte gibt. Dann werden noch die zu Bruch gegangenen Fliesen abgezogen. Tom hat hier zwei Fliesen auf Minus 1 und bekommt damit zwei Minuspunkte. Er ist der Startspieler und platziert wieder jeweils vier zufällige Fliesen auf allen Manufakturen und packt anschließend den Startspieler-Stein wieder zurück in die Mitte und darf anfangen, die ersten Fliesen zu ziehen. Und dann geht es wieder los mit der Musterphase, also der ersten Phase vom Spiel, wo Stück für Stück versucht wird, hier die Fliesen rein vollzukriegen. Ich habe das Spiel jetzt etwas vorgespult, möchte euch jetzt noch eine besondere Konstellation zeigen. Tom ist an der Reihe und die roten Spielsteine dürfte er nicht in der dritten Reihe platzieren, weil rot schon rechts angelegt ist. Wenn er die Reihe vervollständigen würde, dann wäre kein Platz für die rote Fliege, deswegen ist das hier nicht regelkonform und rot kann hier nicht verbaut werden. Was immer geht, man kann die Fliesen zu Bruch gehen lassen, aber das würde hier Minuspunkte geben. Deswegen entscheidet sich Tom nicht für die roten Fliesen, sondern für die eine schwarze Fliese. Wir haben die Musterphase abgeschlossen und jetzt gibt es für die vollständigen Reihen wieder Punkte. Als erstes prüft man, ob die neu angelegte Fliese horizontal angrenzend weitere Fliesen hat. Und das Bünde, was man zusammen hat, das zählt man und dafür gibt es Punkte. Das wäre jetzt im ersten Fall wären das drei Punkte. Und im zweiten Fall prüft man, ob es einen vertikalen Verbund gibt. Auch da zählt man ausgehend von der Fliese, die neu angelegt wurde, die Anzahl der Fliesen, die zusammenhängen und dafür gibt es auch Punkte. Fokussiert euch jetzt hier mal auf die visuellen Elemente. Ich werde das jetzt nicht weiter kommentieren. Ich habe soweit die wesentlichen Sachen erklärt und ich steige erst wieder mit der Erklärung ein, wenn wir hier eine besondere Konstellation haben. Bei dem, was jetzt in der Mitte liegt, wird es interessant, da nicht mehr genügend Platz ist, um das alles anzulegen. Das heißt, hier geht jetzt einiges zu Bruch und das gibt jede Menge Minuspunkte. Das heißt, es ist gar nicht schlecht, das im Voraus zu kalkulieren, damit man hier nicht zu viele Miese fährt. Wenn ihr bei der Punktevergabe sowohl eine horizontale als auch eine vertikale Reihe zusammen habt, dann gibt es Doppelpunkte. Also hier wären das plus vier Punkte. Diese Konstellation lohnt sich also richtig. Das gilt aber immer nur ausgehend von der neu angelegten Fliese. Je mehr Fliesen bei euch zu Bruch gehen, desto teurer wird es. Am Anfang sind das noch minus eins Punkte, aber ab der dritten Fliese sind das minus zwei Punkte. Die sechste und die siebte zerstörte Fliese sind sogar jeweils minus drei Punkte. Sobald ein Spieler in der Fliesungsphase eine horizontale Reihe vollständig hat oder auch mehr, endet das Spiel, dann werden noch die Punkte verteilt und dann gibt es noch Zusatzpunkte. Für jede vollständige horizontale Reihe gibt es plus zwei Punkte, für jede vollständige vertikale gibt es plus sieben und wenn ihr eine Fliesenfarbe fünfmal verbaut habt, gibt es zehn Punkte. Sobald ein paar Tage Und gewinnt, das waren auch schon die Regeln von Asyl. Wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Und ansonsten alles Gute und ciao, ciao.